So Leute, von den vielen verschiedenen Sektoren innerhalb der Kryptomärkte hat das Web3-Gaming mit das meiste unrealisierte Potenzial. Viele Investoren, Entwickler und Spieler sehen und verstehen bereits die Vorteile der Integration von Blockchain-Technologien in Spiele. Aber wir haben bis jetzt noch kein Web3-Spiel gesehen, das die Kluft zwischen traditionellen und Blockchain-Gaming wirklich überbrückt. Dafür gibt es verschiedene Gründe, darunter eine unausgewogene Wirtschaft im Spiel, ein Mangel an breiter Spieleattraktivität für frühe Web3-Spiele, technische Einstiegshürde für Spieler, die nicht aus der Kryptowelt stammen und mehr. Die Teams, die wirklich an die Zukunft von Web3-Spielen glauben, haben jedoch beobachtet und gelernt, was nötig ist, um erfolgreich zu sein und die nächste Ära der Blockchain-Spiele hat bereits begonnen. Das Projekt, über das ich heute gerne sprechen möchte, Undeads, ist führend in dieser nächsten Ära mit der Entwicklung ihres 3D-Metaverse-Play-to-Earn-Survival-Spiels, das das erste AAA-MMORPG für die Web3-Welt sein wird. Undeads wird von einem Team hochqualifizierter Personen geleitet, die über Erfahrung sowohl in der traditionellen Spiele- als auch in der Krypto-Industrie verfügen. Sie haben sich auch bereits Partnerschaften mit einigen der größten Namen der Spielebranche gesichert, darunter Warner Brothers und Wabi Sabi Sound. Aber bevor ich auf die Details dieser Partnerschaften eingehe, will ich euch mal einen kleinen Überblick darüber geben, wie das Undeads-Spiel aussieht, wenn es live geht. Das Spiel spielt in einem postapokalyptischen Metaverse im Jahr 2035 inmitten eines Konflikts zwischen Menschen und Zombies. Die Spieler können neue Gebiete erkunden, Siedlungen bauen und verteidigen, Ressourcen abbauen, Handel treiben, neue Fähigkeiten lernen und auch ihren NFT-Charakter weiterentwickeln. Ein Problem, mit dem einige frühere Web3-Spiele zu kämpfen hatten, ist, dass sie ihre Spieler nicht durchgehend fesseln konnten, weshalb Undeads ein fesselndes und vielschichtiges Spielerlebnis mit einer großen Vielfalt an Bereichen bietet, auf die man sich im Spiel konzentrieren kann. Es gibt hier zwölf Arten von spielbaren und aufrüstbaren dynamischen NFTs sowie Dutzende von Off-Chain-Assets und Ressourcen. Die Spieler können sich hier auf Handwerk, Kämpfe, Handel, den Bau von Gebäuden, das Sammeln von Ressourcen, die Erstellung neuer NFT-Blaupausen und vieles mehr konzentrieren. Man kann als Einzelgänger spielen oder ein Team zusammenstellen und auf diese Weise spielen. Es wird eine große Auswahl an einkommenserzeugenden Mechaniken geben, die es den Spielern ermöglichen, Krypto zu verdienen und das Team hat sich sehr darauf konzentriert, sicherzustellen, dass die Ingame-Ökonomie ausgewogen ist und zukünftige Änderungen angepasst werden können. Um dieses Ziel einer ausgewogenen Wirtschaft zu erreichen, hat Andeads mit Machinations zusammengearbeitet und das Design der Spielewirtschaft mit den Unternehmen testen und überprüfen lassen. Machinations arbeitet mit einigen der größten Spielstudios der ganzen Welt zusammen, darunter Animoca, Amazon und Ubisoft. Neben dem Andeads MMORPG selbst wird es auch einen sozialen VR-Hub innerhalb des Metaversums geben, der es den Spielern ermöglicht, sich zu treffen, zu kommunizieren und gemeinsam einige lustige Minispiele zu erleben, wie zum Beispiel NFT-Dog-Racing, RC-Racing, Fishing, Pool und Poker. Außerdem werden die Spieler in der Lage dazu sein, Belohnung von diesen Minispielen zu bekommen, in dem sie um einen Platz auf der besten Liste wetteifern. Die VR-Lounge wird von Epyx Unreal Engine 5.1 angetrieben, der innovativsten VR-Engine, die derzeit verfügbar ist und von Branchenführern wie GTA 6 und Matrix Awareness genutzt wird. Bei der Entwicklung von Andeads steht die Akzeptanz durch den Mainstream im Vordergrund. Das Team weiß ganz genau, dass damit ein Spiel erfolgreich sein kann, muss es qualitiv hochwertig sein, ein breites Publikum ansprechen, den Einstieg erleichtern und dann das Interesse des Spielers im Spielerverlauf aufrechterhalten. Um Andeads auch für nicht-crypto-basierte Spieler zugänglich zu machen, gibt es eine kostenlose Zugangsoption, für die man keine NFTs oder nativen Token braucht. So kann jeder, der von dem Spiel hört, es einfach mal ausprobieren und süchtig werden, sobald er es ausprobiert hat. Wenn Sie dann entscheiden, dass Ihnen das Spiel gefällt, können Sie sich dafür entscheiden, Ihren Charakter zu tokenisieren, indem Sie eine Krypto-Gebühr zahlen, um das Ganze als NFT zu umhinden, was die Fähigkeit freischaltet, während des Spielens Geld zu verdienen, sowie andere Vorteile und Fähigkeiten. Diese Methode glaubt dem Team, dass sie in der Lage dazu sein werden, eine große Anzahl von traditionellen Spielen anzuziehen, wobei andere Web3-Spieler immer Probleme gehabt haben. Das Team beobachtet und erforscht außerdem ständig die Anforderungen des Marktes und setzt darauf, Spiele aus Südostasien, Lateinamerika und Afrika anzuziehen, da dies einige der am schnellsten wachsenden Märkte im Gamefall sind. Jetzt, wo ihr ein besseres Verständnis davon habt, wie das Spielerlebnis sein wird, möchte ich noch einige Informationen mit euch teilen über das Team und die Partnerschaften, die sie aufgebaut haben, da sie einen großen Teil dessen ausmachen, was Anletz von anderen Web3-Gaming-Projekten unterscheidet. Schließlich ist es eine Sache, gute Ideen und Konzepte für ein Spiel zu haben, aber noch eine komplett andere Sache, diese Ideen auch zu verwirklichen, um so das volle Potenzial auszuschöpfen. Glücklicherweise verfügt dieses Team über jahrzehntejahrelange Erfahrung in genau diesem Bereich. Der CEO, Leo Kahn, ist ehemaliger Vizepräsident von Paypal, während der CMO, Ash Hodgetts, mehr als 20 Jahre in der Spieleindustrie gearbeitet hat, darunter wie gesagt, Animoca Brands und Gameloft. Kahn bringt ein tiefes Verständnis der Kryptomärkte, sowie der Geschäftsstrategie und des Fundraisings mit sich. Diese Fundraising-Fähigkeiten wurden bereits in die Tat umgesetzt, da Anletz bisher über 5 Millionen Dollar gesammelt hat und Geldgeber wie den berühmten NFT-Wahl Nobody.Eath haben, einen der größten privaten NFT-Sammler der Welt. Ich würde mal sagen, Nobody.Eath als Geldgeber zu haben, ist an und für sich schon mal ein ziemlich großartiges Zeichen, da das ein Individuum ist, was nachweislich die nächsten großen Trends auf den NFT-Märkten aufgespürt hat. Was die Partnerschaften angeht, so sind zwei der aufregendsten bisher die mit Warner Bros. und Wabi Sabi Sound. Diese führenden Unternehmen der Spieleindustrie sind bekannt für ihre Arbeit an Blockbuster-Spielen wie Bioshock, Left 4 Dead 2 und Dead Space 2. Sie bringen ein Maß und Erfahrung und Qualität mit, dass das Spielerlebnis massiv verbessern wird. Darüber hinaus spricht die Bereitschaft, solch namhafter Spieler mit Undead zusammenzuarbeiten, natürlich auch für die Qualität dessen, was sie bereits entwickelt haben. Um jetzt mal einen Überblick über den Zeitplan bis hin zur Veröffentlichung des Spiels zu bekommen und darüber, was das Team sonst noch für die Zukunft geplant hat, können wir mal einen Blick auf die Roadmap auf der Webseite werfen, die weiter unten verlinkt ist, falls ihr euch das Ganze mal nach dem Video selbst anschauen möchtet. Q1 nähert sich in ein paar Wochen dem Ende, deshalb ist auch schon der Portions NFT-Mint gerade live auf der Undeads-Webseite. Diese Portion-NFTs geben den Spielern die Möglichkeit, einen zufälligen NFT-Zombie-Charakter zu prägen, je nach Qualität des Zaubertranks, wobei die Seltenheit von gewöhnlich bis legendär variiert und jeder Zombie hat unterschiedliche In-Game-Features, Skills und Waffen. Eine coole Sache ist, wenn ihr eine Portion-NFT mintet, gibt es sogar noch ein kostenloses NFT-Antidote dazu, was ein netter Bonus ist. Im zweiten Quartal wird dann der interne Alpha-Test des Spiels beginnen, der Andeads-Marktplatz wird starten und auch der Dog-NFT-Mint wird stattfinden. In der zweiten Jahreshälfte folgen dann der Verkauf von Grundstücken, eine geschlossene Beta, ein Airdrop und eine Competition. Außerdem kommt dann natürlich noch die normale Beta raus, eine mobile App und noch ein paar weitere Sachen. Wie man hier aus dieser Roadmap sehen kann, hat das Team eine Menge geplant und das Schöne daran ist, dass viele der Ereignisse, die zur Veröffentlichung des Spiels selbst führen, zeitlich gestreckt sind, um der Community Zeit zu geben, auf natürliche Weise zu wachsen und mehrere Dinge zu erleben, auf die sie sich freuen können. Die Community freut sich bereits auf das Spiel und die NFT-Jobs, die bereits stattgefunden haben, haben große Aufmerksamkeit erregt. Erwähnenswert ist hierbei, dass fünf legendäre NFT-Kisten für jeweils 20, 22, 24, 26 und 28 Ethereum während der Minting am 23. Februar gekauft wurden und eine weitere erst letzte Woche für 30 Ethereum. Etwas Spannendes, an dem ihr jetzt teilnehmen könnt, ist ein kostenloses Giveaway von Andets mit einem Preispool von 11 Ethereum. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, falls euch das ganz interessiert, gibt es natürlich wie immer alle Links in der Videobeschreibung oder natürlich auch direkt auf der Webseite. Alles in allem denke ich, es ist ein gutes Zeichen für die Zukunft des Web3 Gamings, wenn die Projekte wie diese sich wirklich bemühen, etwas Hochwertiges anzubieten, das sowohl Kryptonative als auch traditionelle Spiele anspricht. Wenn ihr über die weitere Entwicklung von Andets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann solltet ihr denen auf jeden Fall auf den sozialen Kanälen folgen, die weiter unten in der Beschreibung verlinkt sind und lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr über das Ganze denkt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an das Andets-Team dafür, dass sie mit mir zusammengearbeitet haben und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.